Nach einem beendeten Einsatz läuft Stefan Sindera und Florian Winter eine hilflos scheinende Frau vor das Auto. Genau, hält sich die Augen. Ich fahr mal rechts ran. Hallo, hier ist die Polizei. Hallo, wir helfen Ihnen. Ja, wir parten hier. Wir helfen Ihnen, ja? Arnold, für den 1326. Machst du uns mal einen Einsatz in der Christina-Straße? Neuen auf, wir haben eine hilflose Person. Da, der hat mir einen Zeug da. Pfefferspray, aber ich krieg lieber da raus. Pfefferspray haben Sie in den Augen? Guck mal, bei dir, du musst dann eine Flasche haben. Hier ist die Spülflasche. So, der Kollege, der kommt, der hat Wasser, der hilft Ihnen, der spült das gleich aus. Hier ist die Polizei. Kommen Sie mal her. Einmal Kopf in den Nacken. Komm, ich hilf. Einmal Kopf in den Nacken, Kopf in den Nacken, Kopf in den Nacken, Kopf in den Nacken. Ganz ruhig, das kühlt jetzt. Wie gesagt, da muss kaltes Wasser sein. Merken Sie auch, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Läuft jetzt überall rein, aber das hilft gleich. Das ist extra ganz ruhig, ganz ruhig. Brauchst du noch ein Tuch oder so? Ne, das muss. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt erzählen Sie uns mal ganz kurz, was passiert ist. Wo haben Sie Pfefferspray abgekriegt? Von wem? In der Wohnung. Ein Typ sitzt im Schrank, ich will packen. Hier die Wohnung oder was? Sie wohnen hier. Ganz kurz, wir müssen mal die Umstände haben. Sie wohnen hier. Ja, im Moment, ja. Wir sind fürs Wochenende hier. Okay. Besuchen Sie Ihre Freunde oder wen? Ich bin aus Holland mit meinem Freund. Wir wollten in Köln einfach das Wochenende verbringen. Und jetzt hockt da ein Typ in der Wohnung. Ja, aber wer ist denn da? Wer wohnt denn da eigentlich? Ja, wir jetzt. Wir haben das gemietet. Wir haben das gemietet so Couchsurfing. Genau. Kannst du mal kurz die Handschellen geben? Wer weiß, was uns da drin erwartet. Ja, okay. So, und ich weiß nicht, wo mein Freund ist. Ich wollte jetzt nur meine Sachen holen. Kürze das Ganze mal ab. Sie bleiben am besten hier im Auto. Sie können auch selber nochmal nachspülen. Sollen wir Ihnen einen Krankenwagen bestellen? Ne, danke. Gucken wir dann gleich mal. Wir gehen erstmal kurz in die Wohnung. Welche Etage ist das Ganze? Äh, erste hier. Erstes OG. Was steht da an der Klingel? Wissen Sie das? Ne, die Tür. Ich bin einfach rausgerannt. Die Tür ist offen. Also Sie können einfach rein. Direkt die nächste da. Das Pärchen aus Holland hat die Privatwohnung gemietet. Als die junge Frau nach einem Streit zurückkam, hat sie der fremde Mann im Schrank überrascht. Von ihrem Freund fehlt jede Spur. Machst du was? Hier ist Blut. Da sitzt einer. Da sitzt einer. So, hallo. Ah, Gott sei Dank sind Sie da. Wer sind Sie? Wals, mein Name. Thomas Wals. Hier gehen ganz komische Sachen vor. Ich komme von einer Geschäftsreise aus München nach Hause. Da steht irgend so ein Wilder da in meiner Wohnung. Schlägt mich nieder, verfrachtet mich in meinen Schrank. Ich weiß gar nicht mehr, wie mir geschieht. Haben Sie eben mit Pfefferspray nach einer Frau gesprüht? Ja, die kam danach an, macht den Schrank auf. So, tun Sie mal ganz kurz die Hände hinter den Kopf. Hinter den Kopf und kommen Sie jetzt mal hier vorsichtig raus. Lassen Sie die Hände hinter dem Kopf. Ich würde sie einmal abtasten. Kommen Sie mal hier bitte in den Flur. Die Frage für mich ist jetzt, ist jetzt hier noch eine weitere Person hier oder nicht? Hier ist das Pfefferspray, ne? Ja, das ist es genau. Noch irgendwo irgendwelche anderen Sachen, die mir gefährlich werden können? Nein, nein. Lassen Sie die Wohnung noch mal weiter. Willst du mal kurz gucken? Ich halte ihn so lange hier. Okay. Bleiben Sie einfach mal stehen. Wir klären das jetzt gerade. Wir wissen nicht, was passiert ist. Hier ist nichts. Hier ist sauber. Ist alles gut? So, dann stellen Sie sich mal wieder vernünftig hin. So, wir sehen das ja auch, dass es Ihre Wohnung ist. Ja. Ganz kurz. Hey, wir müssen das mal ganz kurz aufdröseln. Sie sind der Eigentümer der Wohnung. Sie sagen, Sie haben die Wohnung zwischengemietet. Wir haben die fürs Wochenende gemietet. Ich rieche doch meine Wohnung nicht zwischengemietet. Ich rieche gleich das Brennen in den Augen. Das ist noch das Pfeffer, ne? Können wir mal vor die Tür gehen? Ja, natürlich. Auch wenn das Ihre Räumlichkeiten sind. Aber hier riecht es immer noch sehr stark nach Pfeffer. Ja, sehr wahrscheinlich. Personal haben Sie dabei? Ja. Okay, gut. Wir gehen wieder runter, okay? Der verletzte Mann wusste offenbar nichts von der Vermietung seiner Wohnung. Die Polizisten versuchen, die Hintergründe zu ermitteln. Wo kommt jetzt hier diese Macke her? Ich komme in meine Wohnung, da steht irgend so ein wild gewordener, keine Ahnung, so ein Typ geht auf mich los, verpasst mir eine. Bei mir wird direkt alles dunkel. Das war aber keine Frau, das war schon ein Herr. Das war ein Mann, ja. Der hatte zwar lange Haare, aber das war ein Mann. Okay, er hatte lange Haare. Und der hat so einen komischen Akzent gehabt. Holländischen Akzent? Ja, genau, holländisch. Okay, gut. Dann dürfte es sich dabei wahrscheinlich um den Freund der Dame handeln. Was machen die denn in meiner Wohnung? Das klären wir jetzt gleich. Normalerweise, Sie haben angegeben, dass Sie die gemietet haben für dieses Wochenende. Meine Wohnung? Ja, ist das nicht richtig? Nee, absolut nicht. Warum sagt ihr, ich vermiete meine Wohnung nicht? Ich hole mir doch keine wildframen Leute ins Haus. Ich habe ja gemietet. Hier kommen ganz andere Versionen. Erzählen Sie nochmal, damit vielleicht auch der Eigentümer der Wohnung das mal mitbekommt. Wie kommen Sie denn da mal einen Schlüssel? Den haben wir bekommen. Angeblich hat die Niederländerin den Schlüssel von der Vermieterin bekommen. Ob diese Version stimmt, ist für Florian Winter und Stefan Sindera zu diesem Zeitpunkt unklar. Wir machen einen kleinen Telefonkonzent. Sie rufen mal bitte Ihren Freund an, Sie rufen mal bitte die Vermieterin an. Alles klar. Wir müssen da mal so ein bisschen zusammenfügen, weil so klappt das nicht. An und für den 13. Also mein Freund hat das alles organisiert. An und für den 13. An und für den 13. Ich habe hier den Thomas Weiß, 9.7.82. Ich habe hier den Thomas Weiß, 9.7.82. Thomas Weiß, grüßt er sich. Können Sie dann bitte gerade in die Wohnung kommen? Ja, weißt du, was das ist? Äh. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Na, das ist er. Wer sind Sie uns? Bist du? Ganz kurz. Halten Sie mal die Hände ruhig. Ich will mal ganz kurz gucken, was Sie in den Taschen haben. Ja, ich denke mal, dass er, also er trinkt halt gern mal. Ja, er spricht aber auch Deutsch? Ja. Also er versteht auch Deutsch? Ja, ein wenig. Ein wenig. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht. Jetzt im Moment hier alle auf einmal reden. Fakt ist, Sie sind Eigentümer der Wohnung. Ja, Mieter. Ja. Okay, Mieter. Sie haben die Wohnung offiziell gemietet, ein dauerhaftes Mietverhältnis. Okay. Und Sie sagen jetzt, Sie wollten die Wohnung zwischenmieten. Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, wir sind ja hier im Urlaub gegangen. Ich habe mir eine Wohnung eingeschrieben. Von, hm. Von, hm. Für eine Worte, ne. Dass ich mit ihr knutschen kann und so. Ich gehe in meine Wohnung. Wollte anziehen. Da kommt der, fragt der Mungo, kommt der rein. Nee, nee. Das ist meine Wohnung. Hallo, was ist der Mungo? Nee, der wird uns vermietet. Der niederländische Mann war mit der Situation überfordert und hat in Notwehr auf den Eigentümer eingeschlagen. Tatsächlich kann der Urlauber das Mietverhältnis beweisen. Hier, da besteht der Wohnung. Sind's da? Lieber Herr Jonker, ich freue mich, Sie vom 7. bis 9. September in meiner Wohnung begrüßen zu dürfen. Den Schlüssel erhalten Sie bei Ihrer Ankunft vom Ehepaar Köller. Schönen Tage in Köln, Thomas. Okay. Gut, da stimmt ja irgendwas nicht. Dann möchte ich Sie aber trotzdem bitten, damit wir das Ganze mal klären können. Packen Sie mal bitte Ihre Sachen. Ich denke, das ist von Ihnen. Ist der Koffer auch von Ihnen? Nein, der ist von meiner Freundin. Ja, packen Sie den aber trotzdem mal für Ihre Freundin. Und alles, was Sie jetzt hier haben, nehmen Sie jetzt und dann gehen wir runter. Als der rechtmäßige Mieter die Buchungsbestätigung sieht, fällt ihm sofort ein kleines, aber entscheidendes Detail ins Auge. Das ist aber nicht meine E-Mail-Adresse. Ne, das ist von ihm. Nein, aber das ist Absender, das ist nicht meine E-Mail-Adresse. Ja, aber... Meine E-Mail-Adresse ist thomas-at-walz.de. Ja, das ist... Das heißt, diese E-Mail kommt nicht von mir. Das heißt, er hat offiziell überhaupt keine Ahnung. Haben Sie irgendwie Ihrer Vermieterin gesagt, dass Sie irgendwie nicht da sind dieses Wochenende? Sagen wir mal so, ich bin öfter auf Geschäftsreise. Das ist mal München, mal Hannover, mal Hamburg. Und meine Vermieterin hat halt einen Schlüssel. Falls mal irgendwas ist, so ein Rohrbruch oder sonst, Blumen gießen, da fährt sie halt einen Schlüssel. Die Vermieterin hat anscheinend die Abwesenheit des Bewohners für illegale Zwecke missbraucht. Als sie hinzukommt, ist eine Erklärung fällig. Hallo. Guten Tag. Sie sind die Frau? Ich bin die Frau Köller. Das ist hervorragend. Sindera mein Name. Schönen guten Tag, Kollege Winter. Was ist denn passiert? Wir müssen mal ein paar Sachen aufklären. Gibt da so ein paar Missverständnisse? Wir haben hier zwei Mieter. Da war ja jemand in der Wohnung. Ja, klar, er hat vermietet. Mein Mann hat gesagt, der Thomas hat einen Holländer vermietet. Ich vermiete doch nicht einen Holländer? Mein Mann hat gesagt, der Thomas hat Wochenende einen Holländer vermietet. Gibt's noch einen anderen Thomas? Moment. Da wohnt noch der Thomas Ritter. Ach. Mein Mann, dieser Deutschkopf. Das könnte nämlich hinhauen. Das hat nur Thomas gesagt. Das könnte tatsächlich hinhauen. Das mal ganz kurz aufschlüsseln. Sie wollten ursprünglich die Wohnung von dem Herrn Thomas Ritter zwischen vermieten an diese beiden Herrschaften aus Holland. Ja, nur mein Mann hatte das entgegengenommen. Er hat mir nur gesagt, der Thomas hatte vermietet. Und weil er überwiegend weg ist, hab ich natürlich gleich nur an ihn gedacht. Ja, aber so zusammenfassend kann man sagen, Ihr Mann wollte die Wohnung von dem anderen Thomas an die beiden Herrschaften aus Holland untervermieten. Nein, der Herr Ritter, nicht mein Mann. Ja, Herr Ritter. Der Herr Ritter hat seine Wohnung mit Wochenende an dem Holländer vermietet. Den Herrn Ritter gibt's auch hier, ne? Okay. Das heißt, Sie haben die beiden Thomas quasi verwechselt. Ja, super. Mein Mann, dieser Blötschkopf. Das hat nur Thomas gesagt. Wir werden auf jeden Fall Strafanzeigen dazu schreiben. Einmal Sie als Geschädigte und einmal Sie als Geschädigte. Das ist beides eine gefährliche Körperverletzung. Nur die normale Körperverletzung von ihm begangen gegenüber Sie. Müssen wir schreiben. Hinweis aber, wie gesagt, die Staatsanwaltschaft wird vermutlich beides auf Notwehr-mäßig das Ganze auslaufen lassen. Können wir aber nicht beeinflussen. Wir werden das hier kurz mitnehmen. Als Beweismittel. Und dann schreiben wir natürlich die Strafanzeigen dazu. Sie kriegen Post von der Staatsanwaltschaft. Okay?